So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und nach dem Bestseller, ich verschicke meine Shinies, kommt nun der zweite Teil, ich verschicke meine Hundos. Wer nicht weiß, was Hundos sind, das sind 100%ige Pokémon, die ihr also mit der Suche 4 und Sternchen sehen könnt, finden könnt, die euch auch beim Pokédex Perfect angezeigt werden. Ja, den gibt es auch, wer das auch noch nicht wusste, also es gibt so vieles, was man gar nicht wissen kann. Der Pokédex hat ja neue Kategorien und ihr könnt jetzt hier direkt auch nach Perfekt suchen, ja. Wenn ihr hier drauf geht, Perfekt, dann seht ihr, welche Pokémon ihr als 100%ige alle habt, welche Perfekt sind. Was ich nur komisch finde, hier steht 596 im Perfekt Dex. Wenn ich jetzt aber hier reingehe und gebe ein 4 Sternchen, habe ich 823. Das heißt, da müssen einige Sachen natürlich doppelt und dreifach sein, so oft doppelt, dass das natürlich wieder Beutelplatz wegnimmt. Aufgabe für mich also, wie beim letzten Mal, letzten Freitag, weil es Freitag ja keinen Stream gibt, ich habe meinen Beutel ausgemistet, ich habe über 600 Shinies verschickt. So habe ich wieder Platz bekommen und ihr könntet meine Shiny-Sammlung sehen und jetzt könnt ihr meine 100er-Sammlung sehen, während ich gleichzeitig wieder Platz schaffe und Platz mache. Ich werde also wieder 4 Sternchen eingeben und werde das wieder so machen, wie beim letzten Mal, dass ich von unten nach oben einfach durchgehe. Hier haben wir zum Beispiel Sakyan, ihr seht also auch die legendären 100er, der ist auf Level 40, sobald er als Shiny zurückkommt, werden sicherlich die restlichen XL-Bombombs noch gehuntet, dass man den auch auf 50 ziehen kann. Legios ist hier am Start, Lauchzelot am Start, auch als Best Buddy. Zwolog, die Weiterentwicklung von Wolli. Jetzt seht ihr da schon, Wolli habe ich hier zweimal. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen 100er, aber der hat, guckt euch den Bogen an, guckt euch hier die Bögen an. Der hat hier, glaube ich, den besten Bogen, das heißt, ich würde den hier sogar jetzt mal noch entwickeln, für das Video extra, denn das ist mir auch wichtig, dass ich, wenn ich einen 100er habe, ich möglichst hohes Level auch dazu haben möchte. Das heißt, wenn ich eins habe, erstmal entwickeln, irgendwann super, aber sobald ich ein besseres habe mit einem höheren Level, ist das dann der Boss und der andere wird abgelöst. Jetzt habe ich hier dieses Zwolog und das kommt jetzt schon auf 2035, das heißt, das hier mit 1503 kann ich jetzt wegschicken. Schon habe ich mein erstes 100%iges Pokémon verschickt. Ist natürlich ein Problem, wenn man tauschen will, man hat nichts, weil man hat von jedem Pokémon dann genau nur ein 100er, da, ein 100er Wolli, ein 100er Zwolog. Ich könnte jetzt niemandem einen Lucky Wolli geben bei einem Glückstausch, weil ich ja gar keine Wollis habe. Oder wenn ich jetzt ein Zwolog mit 1,5 haben möchte für die Superliga als Beispiel. Ich habe aber nur das Höchste, bin ich da natürlich deutlich drüber. Schlaraffel haben wir hier auch, mit einem ziemlich guten Level. Das heißt, wir können eigentlich das Raffel nehmen und wegschicken, das andere braucht man nicht. Jetzt haben wir auch ein Raffel und Schlaraffel. Hier habt ihr Melmetal, was natürlich eigentlich eher selten ist, aber vielleicht auch nicht. Ich meine, wir können mittlerweile jeden Tag, jeden dritten Tag die Meltan-Box öffnen, eine Stunde lang Meltan-Farm. Mittlerweile kriegt man auch pro Meltan 3XL-Bonbon, das ist also relativ schnell zusammengespart, das auf Level 50 zu bringen. Und da man eigentlich unendlich viel Meltan-Farmen kann, wird irgendwann vielleicht, fammen, farmen kann, wird irgendwann natürlich auch das 100er dabei sein. Trotzdem sehr cool, wer es hat, wer nicht, der hat es halt nett. Taubsi-Tal hier getauscht mit Taubsi, ein 100er Evil-Tal, also ein 100er Xerneas. Ihr habt ihr Uhafnir, FM als 100er, Klavion dabei, Viscora, Viscargot, Viscogon, Felinara auch als Bestbuddy, Scambesto, Wummer, Tantrak und Algit. Ja, da muss ich mal aufpassen, bei manchen, ich kenne die Namen noch gar nicht, ihr habt ihr hier Bitora, Tanatora, Iskala. Ganz frisch im Sack, seht ihr noch mit blauem Hintergrund. Und da habe ich noch nicht die Bonbons zusammen, obwohl wir könnten ja mal zwei Bonbons, oh, das geht genau auf, zwei Bonbons hier drauf packen. Und jetzt bin ich mal gespannt, denn ihr sollt dafür, dass ihr, oh, seht ihr das? Richtig genial. Ich drehe es rum, wupp, und schon kann ich es entwickeln, das mache ich jetzt mal, ich drücke jetzt mal hier drauf. Also ihr habt es ja gar nicht, also der Bildschirm dort bleibt ja gleich, aber ich musste mein Handy auf den Kopf stellen. Ich habe es jetzt falsch rum, damit ich das entwickeln kann. Da werden viele auch wieder fragen, hä, wie kann man das entwickeln, was muss man da machen, Ramses, Ramses, Ramses. Und ich sage, guck doch einfach das Video, was drei Jahre geht und dann wird das auch gezeigt. Im Pokédex registriert, haben wir das auch gleich noch mit abgefrühstückt hier. Cala Manero, das ist ein weibliches und das ist ein auch weibliches. Das heißt, von dem fehlt mir jetzt natürlich das männliche und der Lucky-Eintrag. Lucky haben wir gestern getauscht, jetzt brauche ich wieder Bonbons und dann muss ich irgendwann ein Lucky entwickeln und ein männliches. Vielleicht ist das männliche ja sogar das Lucky, versteht ihr? Ja, klingt schon wieder übelst kompliziert alles. Jetzt muss ich wieder hier runter, weil es mir meine ganzen Pokémon durcheinander geworfen hat. Dann haben wir hier Flauschling, wir haben Sabayonne, wir haben Parfi, Parfinesse. Das siehst du schon, brauchst du gar nicht hingucken. Das hat ein gutes Level, das hat ein gutes Level, das ist ziemlich niedrig. Das heißt, das Parfi schmeißen wir weg, das brauchen wir nicht. Dann haben wir hier Pyroleo, einmal männlich-weiblich und das Leufeo, das passt. Der Tiri, der Tignis, Fiaro, Fiaro, Fiaro Level 50 haben wir da. Das heißt, das schmeiße ich auch einfach wieder weg. Brauche ich nicht, da bin ich sparsam. Skobble, Krabbit, Froxy, haben wir mehrere, Amphistle, Kwayutsu. Hier ist es aber wieder der Fall, das wird ja definitiv noch einen C-Day bekommen mit einer besonderen Attacke. Also hebt man sich hier natürlich einen Froxy auf oder einen Amphistle, was man dann später entwickeln kann für die C-Day-Attacke. Und dann kann man immer noch das Kwayutsu hier wegwerfen und kann das mit der C-Day-Attacke einfach aufheben. Das gleiche haben wir hier auch bei Fünx. Routena, Phenexis, hebt man wieder auf für die C-Day-Attacke. Hier auch für die C-Day-Attacke, aber da kann ich zumindest hier das wenigstens wegschmeißen, weil reicht ja, wenn ich eins habe, was ich dann durchentwickele. Hier seht ihr auch Kijurim, ihr seht Dimiteros, auch auf 50 zwischendurch. Ihr habt Sekrom, Regiram, ihr habt ja zwei Kobalium auf 100. Triggefalo, da fehlt also noch für die Familie die zwei Vorstufen. Vermicula, Furnifras, kann ich auch theoretisch einen wegpacken. Bisophank, Golgandes, Golbit, Flunschlik, Hydragil, fehlt glaube ich auch die Vorstufe. Schnuthelm, ja gut, was fehlt ist egal, muss ich eh für mich noch vervollständigen, bis ich alles habe. Frigometri, Siberio, Petzniv, Skilabra. Hm, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn wir ein 6er Skilabra-Team haben möchten, da würde aber noch ein Lichtel fehlen, dass wir insgesamt also ein Lichtel, ein Laternecto und 6 Skilabra dann hätten. Brauche ich also nichts wegschmeißen, ist ein gutes Pokémon. Pygraulon, Megalon, Zabladen, Zablarang, fehlt auch noch eins dazwischen. Klick? Seit wann habe ich ein 100er Klick? Also, das, ja, das weiß ich. Das ist bei einem Tausch entstanden. Ein Tausch durch Iversoft, das fand ich sehr cool. Aber das, habe ich erst ausgebrütet oder was? Vierter 10er 2020? Verstehe ich nicht. Habe ich ja schon zweimal Klick als 100. Das finde ich richtig stark. Das wusste ich gar nicht. Haben wir hier Kastatur, WhatsApp, Mammolita, Quabbel. Wie sieht der Kreis aus? Der ist ziemlich voll. Der ist relativ niedrig. Der geht, also eins schmeiß mal weg von den rosanen Quabbel. Braucht man nicht. Hutsasa, Tanbignong, Lauquabs, Calvalances, Kronjubil. Jetzt hier, wie sieht es bei denen aus? Das sind drei verschiedene, ja. Das rosane, das grüne, das braune. Und hier haben wir auch drei dazu. Das dürfte also so auch passen. Gelatini auch, alle drei voll. Hier Pico Lendes, Varones, Passt, Monozyto. Auch eins frisch gefangen. Können wir auch mal gleich entwickeln, dass wir auch da die Familie voll haben. Werden sogar noch die Aufgaben nebenbei gelöst. Guckt mal wieder rein jetzt bei diesem Psychospektakel. Ihr habt im Heute-Tab Aufgaben, die ihr lösen könnt. Und ihr habt trotzdem bei der Spezialforschung natürlich auch Aufgaben, die ihr lösen könnt. Die dann wieder für diese Hoppa-Aufgabe zählt. Aber das haben wir ja schon im dritten Kapitel gefangen. Das ist also auch voll. Das ist voll, genau. Pico-Chila-Chila-Bell, Unratytox. Da haben wir ein Aeropteryx. Makabaya, beide. Symbolara, Zurokex. Fehlt auch noch einmal. Lithomyf, Makabaya. Oh. Jetzt hier die Flampivian-Armee. Das ist das, was im Backstage-Bereich passiert, was man in den Videos nicht gesehen hat. Da habe ich nämlich ein rotes und ein weißes Flampivian auf Level 50 gemaxed. Aber jetzt habe ich hier eine Armee von sechs Weisen. Zwei roten und die Vorstufen. Barschuft. Sehe ich einmal ein rotes, einmal ein blaues. Das heißt, ein blaues kann ich ja auch weghauen. Braucht man nicht. Lil-Minip, Waumball, Elfun, Toxiped-Reihe, Karadonis, Jutesto, Branawatz. Da weiß ich gar nicht, was da passiert ist. Jetzt fehlt mir das zweite. Und das dritte habe ich doppelt. Branawatz. Joa, ach komm, wir nehmen es einfach. Wir werfen es einfach weg. Egal, ich brauche Platz. Ich muss das weghauen. Stalobor. Auch ein gutes Pokémon. Solltet ihr auch ein paar mehr mitnehmen. Nehmen hier Flecknoil. Muss ihn noch entwickeln. Muss man ja auch, glaube ich, zwei Kilometer damit laufen, dass man das entwickeln kann. Kiesling. Habt ihr die Familie hier voll. Elyzeber, Dusselgur, Navitaub, Fasernub. Da könnte man vielleicht auch noch männlich-weiblich gehen. Aber reicht, wenn man das als Shiny unterschiedlich hat. Die Hunderter sind eigentlich vollkommen egal. Somnium, Sodamark, Grillmark, Grill Cheetah. Das ist auch kaum ein Unterschied, wie ich hier sehe. Das heißt, das eine Grillmark hauen wir auch wieder raus. Sodamark, Grillmark, Veggiemark. Passt. Feli, Lu. Jorglev-Reihe, Nagelotz-Reihe. Zwodronin. Wo ist der Rest? Das heißt, ich brauche zwei Otaro noch. Zum Glück ist demnächst Otaro Seed Day, wo man sicherlich noch sich ein Hunderter gönnen kann, dass man da auch wieder die Familie voll hat. Hier haben wir noch Fleugen, Verkogel, Flambirex. Hm. Lohe Kanonade, Hitzewelle. Das heißt, das habe ich irgendwann früher mal entwickelt. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Wenn ich schon eins entwickelt habe. Und dann später braucht man noch eins, was man am Sieder entwickelt. Für die Sieder-Attacke kann das alte weg. Wie sieht es bei denen hier aus? Das ist mit Flora-Statue. Das nicht. Das heißt, das haue ich auch weg. Obwohl es ein Hunderter ist. Braucht man nicht. Die Reihe ist voll. Giratina. Freue ich mich auch, wenn es wiederkommt. Hier Regigigas. 400er. Auch eins auf Level 50. Heatran. Auch zwei Stück. Palkia Dialga auf 50. Auch 100%ige. Frustet-Gezwirrfinst. Voluminas. Galagladi. Kriegt ja, glaube ich, auch eine Mega-Entwicklung. Die lasse ich mal drin. Die passen. Porygon. Mammudel. Mammutel. Wie auch immer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hau mal das siebte weg. Das hat Antik-Kraft. Lawine, 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 Lawine. Ich glaube, dafür habe ich das so gemacht, dass ich sechs Eisangreifer habe und eins halt mit Antik-Kraft mit der Sieder-Attacke. Das ist auch wieder durch den Tausch entstanden, sieht man. Glaziola, Follipurba sind da. Jan-Mega-Toggekiss. Ach du meine Güte. Magbrand, Durchbruch. Und hier Donnerblitz. Aber braucht man das gemaxed für die Meisterliga? Das ist immer sinnlose Pokémon mit sinnlosen Attacken, die man trotzdem nur in der GBL anwendet. Da lasse ich trotzdem mal beide drin. Das Normale und das mit dem C-Day. Elevoltec, da können wir auch noch ein paar hochziehen. Irgendwann ist auch ein richtig gutes Elektro-Pokémon. Tangolos, Rihonior. Hier blicke ich auch nicht durch. Das sind sechs Stück und hier hinten eins. Felswerfer. Felswerfer ist auch die Sieder-Attacke. Aber wie ihr seht, die meisten anderen habe ich einfach schon vorher entwickelt. Deswegen habe ich nur eins mit Felswerfer. Also ich brauche unbedingt Top-Lade-TMs, dass ich bei den anderen vielleicht auch Felswerfer nochmal mit drauf packe. Schluppleck ist am Start. Jetzt haben wir hier wieder eine sechste Reihe Magnetzone. Das ist kein C-Day-Pokémon. Ist auch ein starker Elektro-Angreifer. Lassen wir also drauf. Sniebuna. Schneebedeck. Hier können wir das Kleine aber wieder wegwerfen, weil das braucht man nicht. Obwohl man da auch wieder nach männlich-weiblich hätte gehen können. Phineon-Reihe. Glibungel-Reihe. Da ist noch ein Venufliebis. Oh, Pionscora. Wie viel habe ich da denn davon? Da würde ich sagen, können wir auch die zwei weghauen. Dass wir eben die zwei größten behalten. Und hier ist auch ein hundertprozentiges Krypto-Pionscora drin. Würdet ihr das so lassen? Oder sollte man das entwickeln? Wie sieht es besser aus? Wir lassen es erstmal so. Wo wir unsicher sind, lassen wir die normalen Stufen drin. Dann hier die Nilpferde. Da habe ich aber jetzt beide. Männlich-Weiblich. Knackrack hier. Eine Janse-Familie. Da habt ihr sechs Knackrack. Die jetzt mittlerweile alle Sand-E-Erdkräfte haben, meine ich. Nicht Sandgrab-Erdkräfte. Und ihr habt natürlich die zwei aneinander vor. Wir haben Plauderkal. Wir haben Bronzel. Wir haben Vonera. Vonera ist sehr cool. Kann man ja auch nur brüten. Skungapu-Familie. Schamjan-Familie. Können wir auch das Zweite wieder rauspacken. Kramschäf, Traunmagiel, Jehammer. Das ist mega. Das ist ein normales Hasbirohr. Und das ist mit Blumenkranz. Eigentlich diese Blumenkranzhunde da sind an sich seltener. Könnte man sagen. Weil es sie nur zu bestimmten Events gibt. Aber ist eigentlich komplett egal, ob das jetzt ein Blumenkranz hat oder nicht. Könnte ich eigentlich auch weghauen. Aber ich lasse es erstmal drin. Würdet ihr jetzt nur die normalen sammeln auf der Hand, Living? Oder würdet ihr auch die mit Kostümen? Bei Pikachu habe ich es auch so. Ich habe dann meistens die Pikachu mit Kostüm als Hunderter weggeworfen. Und wollte nur das Original Pikachu als Hunderter aufheben. Und sonst alle mit Kostüm als Shiny aufheben. Damit ich nicht jedes mit Kostüm habe. Nicht jedes als Shiny habe. Nicht jedes als Hunderter habe. Das ist viel zu viel einfach. Schalell aus Reihe am Start. Kinoso, Barmerlin, Pachirizo, Vadribia. Hier ist auch wieder der Unterschied. Das ist das Männliche. Kann man nicht entwickeln. Das ist das Weibliche als Hunderter. Kann man entwickeln. Und haben wir auch entwickelt. Burmi. Burmi war auch fett. Ja, Burmi und Burmadam grün. Burmi, Burmadam gelb. Sand also. Trash habt ihr auch beides. Und ihr habt das Moterpel oder wie das Teil heißt, glaube ich. Schilderus, Cognodon. Cognodon haben wir drei Stück. Da können wir sicherlich auch mal noch was draus machen und was entwickeln. Äh, Rosarade habe ich auch sechs Stück, weil ich die immer richtig cool fand. Und Zerpeise, die Beditze-Armee, Staralili. Hier. Plinfa. Was sagt mir das? Empoleon. Aquahaubitze, Aquahaubitze. Hm. Egal. Ich werfe einfach eins weg. Jeder andere hätte sich gefreut. Selbst wenn man es tauscht. Und er einen Empoleon mit Aquahaubitze bekommt. Für GBL. Aber ich habe es jetzt erstmal weggeworfen. Hier der blöde Affe. Panferno. Lohe Kanonade, Lohe Kanonade, Lohe Kanonade. Mache ich im Prinzip eh nichts mit. Finde ich nicht so dope. Das heißt, ich schmeiße die einfach weg. Hier. Das schmeiße ich weg. Das Panflamme schmeiße ich weg. Jetzt habe ich die Reihe trotzdem als Hunderter da. Muss reichen. Hier ist auch schön geordnet. Dann kommen wir zu Raikwaser. Zwei Raikwaser, Hunderter hier. Groudon, Hunderter. Kyoko, Hunderter. Latias, Latios, Hunderter. Wir haben Metagross, Hunderter da. Wir haben Bruder Landa, Hunderter. Auch ein Sechser-Pack. Da muss ich noch einiges hochziehen. Aber auch Kinnwurm und Draschel, Libiskus. Perlu. Ich kann es nicht mehr sehen. Relikant, Hunderter. Seemobs. Sind immerhin noch drei, weil Reiser da. Und die Familie voll. Dann habt ihr hier Schneebedeck. Genau. Sogar das. Vor allem wohin genau. Das Iso. Wusste ich auch nicht. Manches geht mir ab Sol. Haben wir da schon mal. Palim, Palim, Trubius, Zwirlicht. Können wir auch eins wegkauen. Wir nehmen mal das mittlere hier. Weil das weniger WP hat. Das reicht. Schuppet. Passt. Formio. Alle vier Formen. Passt auch. Dann haben wir Barschwar. Amaldo. Jetzt steht überall 100. Da habe ich keine Namen mehr. Da kann ich keine Namen vorlesen. Pupanz. Krebskorps. Schmerbe. Walreiser. Sonnenfell. Lunar. Stein. Sengo. Kann eins weg. Schmerbeck. Altaria. Da haben wir den. Dann haben wir hier. Der ist auf 50. Mit Mondgewalt. Und der hat was? Himmelsfeger. 1,8. Habe ich das nicht mal gehabt. Für die Superliga. Aber das ist jetzt auch über der Superliga drüber. Das heißt. Okay. Das brauchen wir auch nicht. Achso. Dann habe ich es ja nicht mit 100 gehabt. Für die Superliga. Also egal. Das kann weg. Wir haben ja das auf 50. Und mit Sieder-Erd-Tacken. Knack-Leon-Familie auch voll. Spoing voll. Kurdelka. Maup voll. Das eine habe ich in der Forschung mal bekommen. Live in einem Video. Das war auch richtig cool. Alles cool. Wie ihr seht. Toheido. So. Haben wir hier auch am Start. Schlupo. Großeel. Ja. Habe ich ja schon 6 Rosarade. Das heißt. Das bräuchte ich eigentlich nicht. Ilumise. Wolbit. Plus Leminon. Hier haben wir Fritzl. Bitz. Mediti. Da. Beides voll. Ihr habt ja einmal die Familie auch. Ist auch auf 50. Einmal die Familie von Stelunio. Flunghiefer. Zubiris. Eneko. Nasnet. Azumaril. Ach Azuril. Makuhida. Okay. Taran des 6er Armees. Die wäre doch auch krass. Flummelfamilie. Ninkada. Bummelsfamilie einmal durch. Knillsfamilie. Gehweyer. Trassler. Was haben wir hier wieder gemacht? Wir haben 1, 2, 3, 4. Könnten theoretisch 5 machen von den... Ne, warte mal. Wenn wir 5 Gardevoir haben. Alle sagen immer Galagladi ist besser. Wir haben auf jeden Fall ein normales. Wir haben das. Wir haben so. Also 1 könnte man noch durchentwickeln. Zu Gardevoir. Das ist glaube ich hier ein 35er. Wir drücken mal kurz noch hier drauf. Machen wir den auch noch. Hä? Jetzt hat es aber gar nicht die C-Day-Attage. Da musst du doch warten. Bevor du das zu Gardevoir oder irgendwas anderem machst. Ich weiß es nicht. Ist das überhaupt ein C-Day-Pokémon? Jetzt blicke ich schon gar nicht mehr durch. Das ist alles sehr verwirrend. Oder wir lassen einfach 2 Kirlia jetzt drin. Dann können wir immer noch später entscheiden, was wir damit machen. Schwalbini. Samurzel. Luturzel. Die Waumpel-Familie voll. Zickzacks voll. Fiffchen. Sumpex. Hier ist es aber auch wieder anders. Denn hier passt es von Sumpex ein 6er-Team zu haben. Im Gegensatz zu vielen anderen. Weil das ist halt einfach ein krasses Pokémon. Ein nützliches, krasses, gutes, heftiges Pokémon. Ich nehme auch nochmal hier ein und entwickle das nochmal kurz. Wird aber warten, ob man vielleicht doch nochmal das mit C-Day-Attacke entwickeln kann. Ich habe damals halt den Fehler gemacht. Ich habe die einfach alle entwickelt, weil ich dachte, Aquahobitze brauche ich nicht. Ich habe andere Wasserangreifer. Ich möchte alle mit Erdbeben. Also habe ich sie einfach durchentwickelt, weil ich das als Bodenangreifer genutzt habe. Obwohl gut, eigentlich würde es ja reichen für GBL, wenn du eins hast mit Aquahobitze. Du musst ja nicht alle gleich machen. Logok. Logok? Weiß ich nicht. Lassen wir erstmal drin. Genau wie G-Waldroh. Weil das sind ja die Besonderen, die noch eine Mega-Entwicklung kriegen. Luk hat 200er Despo. Da habt ihr jetzt 600er. Und ihr habt da auch ein 100%iges Krypto-Pubitar. Was wir auch eigentlich noch entwickeln müssen. Irgendwann, irgendwie ist auch eins erlöst. Was fast auf 50 ist. Oder ist das auf 50? Ja, ist schon auf 50. Ente, Raikou, Hytera, Farb-Igel. Ah! 100% Farb-Igel. Miltank, Darmierplex. Auch einmal mit ohne und einmal ohne mit. Also mit Geweih und Geschirr und allem drum und dran. Porygon, Fan-Fee, Cetra-King, Hunduster. Komm, da können wir jetzt aber wieder eins weghauen. Das brauchen wir nicht. Das andere ist auf 50. Panzer, Eron, Mandax, Bodo-Gel, Remoraid voll, Corazon. Was haben wir hier bei der Quiegel-Armee? Wie viel haben wir gehabt? Wir haben sechs Stück, sieben Stück. Das heißt, auch Quiegel hier kann weg. Beide können weg. Quiegel einmal da, Kaifel einmal da. Und dann haben wir immer noch sechs. Mammut-Tel, Schneck-Mag voll, Teddy-Ursa, 58, kann weg. Wenn es ein Hunderter ist. Niebel. Ja gut. Skaraborne. Haben wir beide das gleiche Geschlecht? Das heißt, ich packe da auch mal einen fort. Wusch. Potrot. Hier, Hammer. Fehlt mir ein Sichlor? Ne, das ist ja vorne dran. Das müsste vorne dabei stehen. Also ist egal. Das haben wir Shiny, das haben wir Sony. Lassen wir mal drin. Das passt. Auch hier Baldorfisch, 100 Granbull. Dieses Snubbull auch. Gab es aus dem Forschungstag mit Snubbull. Habe ich einen Shiny aus der Forschung bekommen. Und gleichzeitig war es trotzdem auch ein Hunderter. Also auch sehr cool. Onyx. Also Stalos. Ach, Stalos. Jetzt muss ich immer drauf gucken. Stalos, Bruder. Sag mir deinen Namen. Stalos. Genau. Stalos, Stalos, Stalos. Gorkler, Dummisel, Tanzer, fehlt eins. Giraff, Farik. Wohin genau? Einmal mit Limstift und einmal ohne. Also ohne und mit. Einhunderter, Icognito. Grammurx brauchen wir auch hier nicht. Kann auch weg. Laschoking, Sianna und Nachtara. Felino-Familie, Yanmar. Sonnenkern. Die Hopspross-Familie, Griffel, alleine Quaxo. Merrill. Azumarill. Vogelbaum, Blubella. Woldilam-Familie, Natu. Torke-Pi. Guckt euch das an. Torke-Pi. Hunderter. Richtig selten, richtig krass. Hebt euch das auf. Torke-Tick und Torke-Kiss haben wir ja auch schon gesehen. Hier haben wir auch das Baby-Pi. Auch aufgehoben wird mitgenommen. Lampi, Weber-Rack, X-Bat, Lady-Bar, Hutut, Visor-Familie, Impergator. Ich glaube jetzt schon, dass ich weiß, dass das Kleine hier weg kann. Und was ist der Unterschied? Hier, Aquahobitze, Aquahobitze. Tu mal den einen hier auch noch weg. So, das gleiche. Die ist voll. Die sind auch voll. Endivier. Hier habt ihr ein... Mein bestes, ja. Mewtwo 100% Level 50. Aber hier, guckt mal, ein Rüstungs-Mewtwo. Oh mein Gott. Dann haben wir hier Dragoran. Dann haben wir noch hier das und jenes und überhaupt. Da können wir auch theoretisch noch eins entwickeln. So wie das aussieht. Hm. Joa. Mach ich später aber. Lavados, Zapfdos, alles da. Relaxo. Bodyslab. Ja, komm den kleinen, hau mal weg. Obwohl gerade so ein Relaxo wäre vielleicht cool. Aber muss ja nicht sein. Den packen wir also fort. Den mit 2,9 als 100er Wutanfall. Komm, den packen wir auch weg. Nicht. Den heben wir mal auf. Es ist so schwierig hier das so direkt zu entscheiden. Na, Aero-Kack-Sprühl, Capudo-Amonidas, Porygon. So. Dann habt ihr Flamara, Blitzer, Aquana, Evoli mit Hut, Evoli mit Blumenkranz, Evoli Normal, nochmal Evoli Normal und nochmal Evoli Normal, so wie es aussieht. Können die anderen zwei eigentlich weg. Aber wer weiß, wenn es irgendwann nochmal eine Evoli Entwicklung gibt. Wir heben lieber mal ein paar auf. Ditto am Start. Labras am Start. Äh, Garados am Start. Carbador am Start. Krypto, Carbador. So, Krypto, Garados. Oh mein Gott. Und dann auch noch, das müssen wir irgendwann mal entwickeln und maxen. Hier, 100% aus der Forschung. 100% keine Ahnung was. 100% einfach so. Sechser Garados-Armee kann kommen. 100% shiny noch da. Taurus. Pisnir. Magma. Elektek. Rosanna. Hier ist doch ein Sichler da. Pandimos. So, Sterndu, Goldini, Sepahammer. Tangela, Kangama, Shanera. Rizaros. Und dann habe ich immer noch ganz viele Rihorn übrig. Wo ich mir denke, hä? Das heißt, wir packen mal hier auch von Rihorn welche weg. Wie, Favorit? Ich habe es doch gerade weggemacht. Was ist denn los hier? Guck doch mal, was ich mache. Also, Rizaros und Rihorn. Theoretisch, zwei müssten noch fort. Aber die haben so schöne, hohe WP. Die lassen wir mal drin. Smog-Mog-Familie. Schlurp-Nock-Jank-Kickli. Tragosse-Familie. Und auch Alola. Knogga mit 13, 37. Was ist da los? Dann haben wir hier. Kogowai. Einmal so. Soowai. Voldoball. Krabi. Traumado. Onyx. Gengar. Da blickt doch auch keiner durch. Gengar. Packen mal ein Nebula weg, ja? So, Nebula, Alpollo. Jetzt hätte ich vielleicht, hatte das Nebula, was ich verschickt habe, ein besseres Level als das Alpollo, was da ist. Hätte ich lieber das entwickelt. Dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann wären noch zwei übrig. Mit was sind die übrig? Mit Dunkelklaue. Dunkelklaue-Spukball. Aber wir haben eh so viele, ja komm, wir haben eh so viele Sofort-TMs auch. Egal, ob jetzt was Legacy ist oder nicht. Wir können das jederzeit alles wiederholen. Ich packe also die zwei auch mal hier weg. Dann haben wir jetzt also auch ein Sechser-Team. Gengar, wo auch eins auf 50 ist. Muschas-Familie, Slimer. Habt ihr Normal und Alola. Und dann nochmal Normal-Alola. Jorob voll, Dodo voll, Porenda voll. Magnetilo, voll. Haben wir ein Sechser-Team gehabt, glaube ich. Kann also weg. Fleckmon, voll. Bonita. Ist aber ein hundertprozentiges Bonita mit dabei. Als Gala, okay. Ach, Kleinstein. Normal. Alola. Reicht, wenn wir eins haben, glaube ich. Das schmeiß ich weg. So, Normal-Alola. Geo-Rock. Normal-Alola. Geo-Watz. Normal und Alola. Und von dem Normalen gleich sechs Stück. Und vor allem auch auf 50 und irgendwie mit... Das muss ich noch hochziehen. Mit Boden-Moves. Tentara, Knufenza. Mach-Holo. Eins, zwei. Und dann sechs Stück. Passt. Simsala. Eins, zwei. Und dann vier Stück. Da können die mir noch ein paar zulegen. Und vor allem bin ich gerade drauf, dann eins hier auch zu nehmen und dann auf 50 zu maxen. Das kriegt ja auch eine mega Entwicklung. Quapsel. Quapuzi, Quapo. Hier jetzt auch ein Krypto-Hunder da dabei. Das kann bleiben. Fulcano. Schmeiß mal eins weg. Menki. Zwei. Enteron. Passt. Mautzi. Beide Formen. Passt. Diktar. Einmal mit Haare. Einmal ohne Haare. Einmal mit Haare. Dann wieder ohne und dann wieder mit. Passt also auch. Omot. Blutzug. Oh, jetzt habe ich sogar beides voll. Das heißt, ich habe einen Hunderter Blutzug. Und einen Hunderter Krypto-Blutzug. Und einen Hunderter Omot. Und einen Hunderter Krypto-Omog. Merkt ihr die Stimme? Sehr schön. Paras. Mirapla. Zubat. Merry. Wulpix. So, so, so. Passt auch alles dabei. Hier können wir auch eins mit 400 noch was. Das kann raus. Vom Pipi. Haben wir auch alles voll. Hier passt es. Nidoran. Männlich-Weiblich. Familie voll. Sandan. Beides. Mit Alola und normal. Raichu. Das ist ja das, was ich meinte. Theoretisch würde ich gerne einfach die ganzen Pikachus. Hier, die 100 sind mit Kostüm. Auch einfach wegwerfen. Weil die müllen einfach nur den Beutel zu. Es reicht doch, wenn ihr das als Shiny habt. Wenn ihr das als Shiny habt. Wenn ihr das als Shiny habt. Alle nochmal als Hunderter. Das ist viel zu kompliziert, oder? Wir haben ein normales. Das muss reichen. Ich traue mich trotzdem gerade, es nicht wegzuwerfen. Würdet ihr die Pikachu mit Kostüm als 100%ige wegwerfen? Oder würdet ihr trotzdem die Pikachu mit Kostüm sammeln? Schreibt es mal bitte rein, was ihr da macht. Retta nochmal dabei. Habitag Ibita. Guckt mal das Level an. Das ist niedriger. Das kann weg. Radikal. Auch beides. Alola-Vormund normal. Ähm. Oh. Taubsee. Hunderter-Familie. Und ein 100%iges Shiny ist auch am Start. Hondi-Ju. Können wir auch das hier weg. Weil das ein ziemlich niedriges Level hat. Das kann fort. Raupi. Voll. Schicky. Voll. Einmal normal. Einmal als 50. Glumanda. Hm. Einmal mega voll. Wer? Was hat der jetzt hier? Feuer-Odem. Feuer-Sturm. Feuer-Wirbel. Lohe-Kanonade. Ist aber Generation 1. Cooles Pokémon. Also muss ich behalten. Hier können wir es aber. Hier können wir aufräumen. Und das 49er. WP noch weghauen. So. Dann hat das. Das. Und zwei Bisa-Flor. Das. Müsste reichen. So. Das ist nicht so cool. Das ist besser. Obwohl. Wenn wir mal zwei aufheben. Hier haben wir zwei. Hier haben wir zwei. Vielleicht doch hier noch eins weg. Also das muss auf jeden Fall bleiben. Mit Lohe-Kanonade. Auf 50. Feuer-Wirbel. Lohe-Kanonade. Feuer-Odem. Feuer-Sturm. Warum habe ich den Gluthoden genannt? Ich glaube der hat auch eine Geschichte. Ich glaube ich muss den trotzdem drin lassen. Also das wären auf jeden Fall jetzt alle 100%igen. Und jetzt sind wir genau bei 777 angelangt. Und mehr haben wir jetzt nicht. Entwickelt es auch ein bisschen. Schreibt mal rein was ich mit den Pikachus machen soll. Ansonsten. Fehlen mir ja dann trotzdem wieder welche. Weil ich da jetzt nicht unbedingt drauf gegangen bin. Aber. Wenn die eh alle wieder kommen in Kostümen. Dann kann man ja die 100er Kostümsammlung. Auch doch mal vervollständigen. Und voll machen. Mewtwo mit Rüstung zum Beispiel. Finde ich total toll. Aber jedes Pikachu mit Mütze. Als 100er. Ich finde da würde das Original reichen. Weil der Rest ist einfach nur Unfug. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Das war meine 100er Sammlung. Das war mein. Ich verschicke meine Hundos. Weil ich habe ja ganz viele trotzdem verschickt. Und. Das war das Freitagsvideo. Weil kein Stream kommt. Wieder ein bisschen was längeres. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Das war's. Das war's.